Landesverräter rufen, haltet den Dieb. Ein Kommentar von der Website. In der aktuellen Debatte um mutmaßliche China-Spionage durch AfD-Personal ist eine weitere Verrohrung zu beobachten. Politische Konkurrenten als Verräter zu bezeichnen, ist abzudehnen. Es kann außerdem als Ablenkungsversuch vom eigenen Verrat an den Interessen der Bürger bezeichnet werden. Die nun praktizierte Verrohrung kann sich auch irgendwann gegen die Initiatoren der sprachlichen Tabubrüche wenden. Wie manche Begriffe umgedeutet werden, kann aktuell angesichts der Debatte um mutmaßliche Spionage für China durch AfD-Personal beobachtet werden. Wer Vokabeln wie Volksverräter benutzt, um den politischen Gegner zu beschädigen, der wurde früher eher einem rechtsextremen Lager zugeordnet. Das gleiche gilt für Wörter wie Kriegstüchtigkeit oder Verächter des Staates. Auch wer forderte, dass Russland niedergerungen gehöre, wurde früher eher als rechtsradikal denn als staatstragend betrachtet. Heute gehört all das zum Vokabular sogar von Unterstützern der Bundesregierung. Ich lehne die Nutzung des Begriffs Verräter im politischen Zusammenhang als polarisierend und verrohend ab. Aber da er nun schon fast als offiziell eingeführt wird, komme ich in diesem Text nicht darum herum. Auf die konkreten Fälle mutmaßlicher Spionage etwa für China soll hier nicht eingegangen werden. Für eine sinnvolle Beurteilung der Fälle bleibt noch abzuwarten, wie gravierend das Ganze ist. Hier geht es nur um die sprachliche Ebene der Reaktionen. Telepolis beschreibt einige Beispiele für die aktuelle Nutzung der Begriffe in einem verlinkten Artikel und erinnert daran, dass Volksverrat durch Lügenhetze von den Nazis als Straftatbestand eingeführt worden sei. Im Artikel heißt es zum aktuellen Gebrauch Die Junge Union und andere, die sich zum demokratischen Spektrum zählen, nutzen das Wort Volksverräter jetzt für AfD-Politiker. Mal mit, mal ohne Fragezeichen auf der Plattform X, wo von der AfD auch als Alternative für Russland und China die Rede ist und ihr Kürzel in kyrillischen Buchstaben auftaucht. Für wen arbeitet die AfD? Fragt dort die Junge Union Deutschland. Ihr Bundesvorsitzender Johannes Winkel nutzt in diesem Contact den Hashtag Volksverräter und der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe äußerte bereits den Verdacht, dass die Vaterlandsverräter von der AfD direkt vom Kreml bezahlt werden. Zitat Ende. Der Spiegel titelt aktuell zur AfD, ein Ausschnitt ist auch das Titelbild dieses Artikels, Die Landesverräter, Moskaus Marionetten. Die Nutzung solcher Kampfbegriffe ist nicht ganz neu. Bereits vergangenen Sommer hatten die Nachdenkseiten im Artikel Die Wortwahl Hofreiters und die Gedankenspiele um Parteiverbote stellen eine weitere verbale Eskalation dar. Dieser Eskalation haftet aber auch etwas Verzweifeltes an. Dem Erkenntnisprozess vieler Bürger bezüglich der realen Auswirkungen grüner Politik jenseits der Phrasen müssen immer stärkere sprachliche Geschütze entgegengestellt werden. Und weiter. Der Gebrauch des Begriffs Landesverräter könnte für die Grünen auch gefährlich werden. Wenn sie den Begriff durch die eigene Nutzung selber auf die Stufe eines legitimen Ausdrucks im Meinungskampf einführen, dann kann das Wort auch an den Grünen hängen bleiben. Vielleicht haben manche Kritiker der Grünen bisher gezögert, den harten Ausdruck vom Landesverräter gegen den politischen Gegner zu nutzen. Nun gibt ihnen Hofreiter indirekt die Erlaubnis. Diese Warnung gilt noch immer. Begriffe wie Volks-, Vaterlands- oder Landesverräter bedeuten für mich Hasssprache von oben. Ihre Nutzung kann auch nicht durch den Verweis auf den ebenso abzulehnenden Gebrauch durch andere rechte Gruppen gerechtfertigt werden. Schließlich zählt man sich doch zu den Guten. Aber die Begriffe sind nicht nur polarisierend und verrohend, sie können auch gefährlich für jene Politiker und Journalisten werden, die sie nun nutzen. Denn die teils radikale Politik der Bundesregierung bezüglich Ukraine-Krieg, russischer Energie, Aufrüstung und daraus folgender Kriegsgefahr und Verarmung kann durchaus als ein Verrat an den Interessen der Bürger hierzulande zugunsten von US-Interessen interpretiert werden, wenn man sich schon eines solchen Vokabulars bedienen möchte. Außenministerin Baerbock hat diese Haltung schön offen illustriert, als sie sagte, egal was meine deutschen Wähler denken, wir stehen zur Ukraine. Da ist es eine provokante Flucht nach vorn, wenn Wirtschaftsminister Habeck die für alle Seiten zerstörerische Hilfe für die Ukraine laut Medien auch noch mit seinem Amtseid begründet, der ihn verpflichtet, Schaden abzuwenden. Wir erleben momentan den Versuch einiger politischer Akteure, den Begriff Verräter zu kapern und gegen jene zu wenden, die ihn potenziell nutzen würden, der AfD wegnehmen. Zusätzlich wird mit der Nutzung Haltet den Dieb gerufen und vom eigenen Verrat abgelenkt. Das ist, wie gesagt, nicht ohne Risiko, denn wenn man mit Kampfbegriffen wie Volksverräter selber die Kommunikation verroht, dann kann man auch Opfer dieser Verrohung werden. Die Methode Haltet den Dieb hat momentan auch auf anderen Ebenen Konjunktur. Vor allem Wirtschafts- und Außenministerium beklagen regelmäßig Entwicklungen, die sie selber forciert haben und stellen sie als höhere Gewalten dar, denen sie sich tapfer entgegenstellen müssen. Dass die AfD für mich keine politische Alternative darstellt, habe ich oft geschrieben. Der Vorgang um die mutmaßlichen Spionagefälle und der große mediale Aufwand können aber doch den Eindruck einer Kampagne gegen einen politischen Konkurrenten erwecken. Das wäre prinzipiell abzulehnen. Ich wage zu bezweifeln, dass die mutmaßlichen Spionagefälle solche Aufmerksamkeit erfahren würden, wenn wir uns nicht kurz vor einigen Wahlen befinden würden. Es schwingt noch eine weitere Ablenkung in der politischen Nutzung des Begriffs Verräter und der Darstellung der AfD als von ausländischen Mächten gesteuert mit. Durch diesen Kunstgriff kann das Symptom AfD von ihrer Ursache getrennt werden. Denn der Erfolg der AfD liegt selbstverständlich zuerst in der Politik der letzten Regierungen begründet und nicht in Geldzahlungen aus Peking. Doch Symptom und Ursache werden in der AfD-Debatte ja von jeher möglichst scharf getrennt. Die Debatte um Einmischung steht auf dem Kopf. Dass Deutschland sich vor ausländischer Einmischung schützen sollte, finde ich selbstverständlich. Allerdings ist die Gewichtung in der Debatte darüber auf den Kopf gestellt. Während wir täglich vor den Gefahren der Desinformation durch autokratische Systeme gewarnt werden, fällt die mutmaßliche massive Spionage und die politische Einmischung durch private und staatliche US-Interessen, die Bürger hierzulande weit mehr betreffen, weitgehend unter den Tisch. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020